I have the review power! Hallo liebe Fans der Sammlerkunst, liebe Masters-Fans, herzlich willkommen schon zur vierten Ausgabe von Giganten-Fantum. Ja, nachdem ich in der letzten Ausgabe die kultigen Hörspiele unserer Giganten des Universums besprochen habe, haben mich einige Leute angeschrieben und wollten, dass ich gerne mal die Zeichentrickserie, die damals Filmation zwischen 1983 und 1984 hergestellt hat, dass ich diese mal bespreche. Und ihr kennt mich ja, wer meinen Kanal BumoTV kennt, weiß, ja, euer Wunsch ist mir Befehl und ich werde heute die Zeichentrickserie besprechen. Und bevor ich das bespreche, muss ich nochmal kurz was loswerden. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich letzten Donnerstag, es war Christi Himmelfahrt, Feiertag in Nordrhein-Westfalen, da habe ich ein Video hochgeladen von unserer Reihe kurz angemerkt. Es geht darum, dass Administratoren in Fanforen Scalper dulden. Dass sie auch keine Preisdiskussion zulassen, sondern die Fans, ja, auch die, worum es mir eigentlich auch ging, ja, Fans, die nicht so unbedingt bewandert sind mit Werten von Merchandise und Figuren, ja, dass sie über den Tisch gezogen werden von den besagten Scalpern. Und es ging mir nicht darum, dass man Vintage-Toys sauteuer da verkauft, weil da gibt es irgendwie auch keine Preisregel, das muss ich auch lassen, darum ging es mir ja gar nicht. Ja, also bei Vintage-Toys sind die Preise zwar manchmal auch sehr pervers, aber darum ging es mir gar nicht. Mir ging es wirklich darum, dass Scalper, also das sind Leute, die Sachen aufkaufen, auch gerne limitierte Sachen, die man nicht so schnell bekommt, oder auch seltene Sachen oder zu dem Zeitpunkt rare Sachen, und sie dann sehr teuer bei Ebay, Amazon und in diese Fanforen anbietet. Bei Ebay kann man leider nichts machen, da ist auch die freie Marktwirtschaft, finde ich mal, das möchte ich jetzt nicht da so unbedingt anprangern, weil wer keine Ahnung von Werten, von Gegenständen hat aus seiner Lieblingstoyline, sollte sich auf alle Fälle bei Ebay nicht unbedingt umschauen, weil da sind wirklich Mondpreise zu finden, aber mittlerweile auch in Fanforen. Weil Fanforen sollen eigentlich da sein, um die Fans miteinander zu unterstützen. Aber Pustekuchen, also ich beobachte so oft, dass gerade in solchen Fanforen Mondpreise von Sachen verlangt werden, die es irgendwo anders viel günstiger gibt. Und die Administratoren, jetzt kommt der Vorwurf, den ich da im Video gemacht habe, dulden da gar keine Nachfragen. Also wenn jemand unten kommentiert, hey, das habe ich aber zum Beispiel, jetzt sage ich mal, bei Müller habe ich so günstiger gesehen, als was hier gerade angeboten wird, kommt sofort der Administrator und ja, maßregelt und unterbindet sofort diese Preisdiskussion. Ja, zum Teil verständlich, aber für mich eigentlich total unverständlich, weil, wie gesagt, Fanforen sind da, dass man einander sich unterstützt und auch vielleicht aufweist, wo es günstiger geht. Das Video kommt sehr gut an, ist auch Rege bei mir auf YouTube diskutiert unter meinem Video. Ich kann euch gerne unten in der Infobox das gerne verlinken. Und dann könnt ihr vielleicht auch noch mitmeldiskutieren. Und ich glaube, ich habe da ins Schwarze getroffen, weil ich beobachte das nicht als Einziger. Nein, es beobachten das wohl mehrere. Und sie diskutieren da fleißig. Ihr könnt gerne mitdiskutieren, bitte sachlich. Und ich nenne weiterhin keine Facebook-Gruppe, wo ich dieses festgestellt habe. Es gibt es nicht nur bei den Masters, nein, ich habe den auch gelernt, auch in diversen Star Wars-Forum. Forren. Forum. Forren. So, genug zum Thema zur Exkursion. Jetzt fangen wir an mit unserer Lieblings-Zeichentrick-Serie der Herzen. Prost erstmal. Ja, He-Man and the Masters of the Universe wurden zwischen 1983 bis 1984 in zwei Staffeln mit je 65 Folgen, also insgesamt 130 Folgen, produziert von der Filmfirma Filmation, die es seit 1962 zu dem Zeitpunkt gab. Mittlerweile gibt es die Firma schon längst nicht mehr. Filmation musste irgendwann mal einen Konkurs anfragen und durchziehen. Also Filmation gibt es leider nicht mehr. Denn Mattel hat ja damals 1982 Figuren auf den Markt gebracht. Ja, unsere Masters. In Amerika erschienen die ersten Figuren der Masters. nur, man wollte sich abheben. Das hieß, man hat dann plötzlich, neben den Figuren gab es dann auch, ja, das war dann so, das Besondere an den Figuren, erstens ein Action-Feature, ein Mini-Comic, war mega cool. Aber wie konnte man die Masters so vermarkten in Amerika, dass es ein Erfolg würde? Also kam man auf die Idee, man kauft Werbezeit, ja, am Samstagmorgen und zeigt dann in der Werbung eine ganze Folge He-Man. Das kam sehr gut an und so wurde He-Man, mal kurz zusammengefasst, wurde die He-Man-Serie ein Riesenerfolg. Ein Riesenerfolg. Hier in Deutschland gab es 1982 noch nichts mit He-Man. Wir hatten nichts außer, ihr wisst ja, wer mich kennt, und mein Held war natürlich damals Captain Future. So, 1983 entdeckte ich denn die Masters of the Universe und ich hatte auch null Ahnung, wer die Masters of the Universe sind, weil ich wollte eigentlich eine Captain Future-Figur haben. Da es aber keine Captain Future-Figuren mehr gab, habe ich denn den He-Man mitgenommen. Ich habe dann natürlich mit He-Man gespielt, habe mich informiert, wer ist He-Man. Da gab es ja natürlich, wie ich schon sagte, gab es ein Mini-Comic mit dabei, ein kleines Comic, wo ich dann sah, oh, He-Man ist ein Barbar. He-Man hat Kräfte. Ja, He-Man ist der Gute, der blonde Hühne, der Gute. Also habe ich mit He-Man gespielt und zack, zack, kam die nächste Figur dazu, dann die nächste Figur und zack, hatte ich so mein Spieleset, ja, gesamt der Burg. und im ersten Jahr hatte ich noch gar keine Ahnung von der Filmation-Serie. Da wusste ich gar nicht, dass es eine Trick-Serie gibt. Aber es kam 1984 und da erschienen, ja, habe ich euch letztes Mal schon erzählt, da erschienen die ersten drei Folgen der Masters als Hörspiel. und dann kaufte ich mir nach und nach Hörspiele und das war für mich die Bibel. Das war für mich die Bibel. So ist die offizielle Story von He-Man, ja, und den Masters of the Universe. So, irgendwann war ich mal mit meiner Mama, war ich bei Woolworth. Kennt ihr noch Woolworth? Woolworth gibt es immer noch, ja. Das ist heute so ein Ramschladen, glaube ich. Ist, glaube ich, so, die bedienen, glaube ich, das sehr günstigste Segment. Aber damals war es sehr hochklassig. Und da standen neben den He-Man-Figuren standen auch Videokassetten. So, hier habe ich mal einige vorbereitet, da komme ich aber gleich zu, ja. Und da stand so eine Videokassette, jetzt zeige ich euch das hier mal. War das die? Ne, das war die falsche im Moment. Das, so eine. Aber im Unterschied, diese Folge zeließ die Zaubersängerin, ja, die war bei mir in einer Papphülle, denn Mattel hat sie damals selber herausgebracht, ja. Und da war nur eine Folge bei und die war aus einer Papphülle. Hier ist jetzt in einer, ja, in einer Vinylhülle. Also das, das ist jetzt nicht original, aber so sah das Cover aus. Das war meine aller, allererste Kassette, die ich mir geholt habe. Meine Mama hat es mir geholt. Ja, ich war dabei, war stolz wie Bolle. Ja, eine Folge He-Man kostete 19 D-Mark 95. Eine Menge Holz. Wir sind nach Hause gefahren, ich wollte die Kassette in den Videorekorder einlegen und stellte fest, das Band war kaputt. Super. Also meine Mama und ich sind zurückgefahren nach Wulwurst und haben dann die nächste Kassette geholt. Es war wieder Celis, die Zaubersängerin, weil, glaube ich, damals hatten sie wirklich nur Celis, die Zaubersängerin da. Es gab aber noch diverse andere Folgen, wie zum Beispiel Skeletos-Tarenkappe, Demar, der Riesendämon, das Herr der Roboter, die Bestien aus den Ter-Sünfen, die Drachendämmerung, Tilas gefährlicher Erkundungszug, der Zeitkorridor und die Inversion der Drachen. Ja, jeweils eine Folge auf einer Kassette von Mattel herausgegeben, man sieht es auch sehr schön an der Seite, das Mattel-Logo. Da war Mattel kreativ und habe in Eigenregie die ersten Folgen veröffentlicht. Ja, ich habe die Kassette sehr oft abgenudelt. Ich konnte Celis, die Zaubersängerin, mitbeten. Vor allen Dingen auch so die dramatische Situation, wenn Celis anfängt zu singen und sie konnte dann durch ihren Gesang dieses Monster besänftigen. bevor er weitere Sachen zerstört. So, habe ich sehr gerne gemacht und dann sah ich auch zum ersten Mal, wie sich Prince Adam in He-Man verwandelt. Mein Gott, war das spektakulär. Ich kannte es nur aus dem Werbeheft, aus den Hörspielen, mehr nicht. Ja, und aus dem Minicomic natürlich. Ich glaube, es gab auch dann auch schon Comics, die habe ich natürlich gelesen von Condor. Aber dieser Trickfilm war zwar ein bisschen ungewöhnlich für mich, diese Trickfilmserie, weil, weil da waren ein paar Sachen, die waren in den Hörspielen ganz anders. Ja, schon alleine die Synchro-Stimme, ja, fand ich dann als Hörspiel, fand ich die Hörspielstimmen besser als in der Synchro auf der Kassette. und auf der Kassette hatte, ja, ich glaube, auch bei Mattel war das, hatte Sascha Hehn, ja, Sascha Hehn, der Dr. Udo Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik, ja, hatte He-Man gesprochen, wusste ich aber damals nicht, ja, wusste ich null, wer die Synchro-Stimme war. Ich wusste nur, es war eine ganz andere Stimme, nicht die Stimme von Norbert Langer, der in den Hörspielen gesprochen hatte und war ich erst mal gar nicht mit einverstanden. Nein, das ist nicht die Stimme von He-Man, ja, aber mochte ich nicht. Auch der Soundtrack war anders, also, ich mochte eher den Soundtrack von den Hörspielen, obwohl ich habe mich dann sehr schnell arrangiert, weil, dann gab es auch die Idee von meinem Vater, neben seinen Filmen aus der Videothek, mir auch Kassetten mitzubringen aus der Videothek und, ja, so gab es neben ALF, Asterix und Obelix gab es auch Masters-Videokassetten aus der Videothek. Hier haben wir zum Beispiel eine, so sah das aus von Ocean, ja, Ocean hatte später auch Masters-Filme herausgegeben, hier waren aber mehrere Filme drauf, obwohl hier auch Celis der Zauber-Sängerin ist, weil ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, in der Videothek gab es nämlich auch Kassetten mit drei oder vier Folgen und die hat mein Vater mitgebracht und die habe ich natürlich auch verschlungen übers Wochenende. Ich war dann immer traurig, wenn Papa die Montag zurückbringen musste, zurückgespult, sonst kostete es damals eine Mark Strafgebühr. Ja, war ich immer traurig, dass wenn er sie zurückgebracht hat. Hier, so sieht man aus, hier ist Celis, die Zauber-Sängerin in der Ocean-Version, hier sieht man schon das Cover, ja, anders als hier. Hier sieht es ein bisschen mehr aus wie Filmation. Hier sieht es wirklich ein bisschen so moderne, ein modernes Artwork. Ja, also so habe ich denn He-Man, habe ich denn als Trick-Serie kennengelernt. Ich fand die Stimme in den Cartoons, ja, auf den VHS-Kassetten, fand ich die Stimme von Skeletor richtig düster. Ja, die mochte ich sehr, sehr, sehr gerne. Deswegen kann ich mich jetzt auch nicht so unbedingt entscheiden. Ich glaube, es war Edgar Ott. Kann es sein, dass Edgar Ott Skeletor gesprochen hat? Könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare reinposten. Ich glaube, es war Edgar Ott. Ob er besser war oder doch in der Hörspiel-Version von Peter Pazetti. Sind beide schon richtig mega cool. Das muss ich auf alle Fälle sagen. Später, wo Tele 5 die ganzen Folgen, ja, glaube ich, die ersten 80 oder 90 Folgen hat dann Tele 5 gekauft und musste die Serie komplett neu synchronisieren. Da haben sie Herbert Tennigkeit genommen als Skeletor. Und ich muss sagen, diese Stimme, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie schlechter ist als die von Edgar Ott und Peter Pazetti. Nein, auf keinen Fall. Aber sie ist halt anders. Ich möchte, sie ist, das muss man schon lieben, da werde ich nicht unbedingt wahr mit. Aber Helgo Liebig, der denn bei Tele 5 die Stimme unter anderem übernommen hat von He-Man, muss ich sagen, gefällt mir bis heute sehr, sehr, sehr gut. Und sie kommt sofort nach Norbert Langers Hörspielstimme. Ja, wie empfindet ihr das? Könnt ihr auch gerne unten posten, welche Stimme ihr besser findet. Dann nochmal kurz zurückzukommen, denn wie gesagt, von der Serie habe ich denn damals als Kind nur kennengelernt. Celise, die Zauber-Sängerin, Demar, der Dämon, was gab es denn noch? Das Herr der Roboter, die Bestien aus den Ter-Sümpfen. Hier haben wir so eine Videokassette, sehe ich noch. Obwohl es gab auch als Kaufkassette, sieht man hier. Ja, von der Firma Select Video. Ja, die haben schon Kassetten herausgebracht mit drei Folgen, mit der insgesamten Laufzeit von 60 Minuten. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn man jetzt heutzutage, dank DVD und Blu-Ray, wie wenig Disks man braucht, um die komplette Serie drauf zu veröffentlichen, wie viele Kassetten man damals brauchte, um die Serie komplett zu haben, wie viel Platz dieses weggenommen hätte. Aber es wurden circa nur 20 Folgen damals für die VHS-Auswertung in Deutsch synchronisiert. Ich habe also, wie gesagt, ganz wenig Folgen gesehen und dann irgendwann im Laufe der Zeit habe ich natürlich kein Interesse mehr an Masters gehabt. Dann kam die Epoche Alf und irgendwann gab es dann die Pubertät und dann waren ganz andere Interessen im Vorrang. Und irgendwann entdeckte ich, das muss so ungefähr 2000 gewesen sein, da bekam ich Premiere. Ja, Premiere kennt ihr noch? Den Kanal am Anfang war ja noch mit einem Schlüssel, da gab es nur ein Programm und wenn man den Schlüssel in den Decoder gesteckt hatte, wurde aus diesem verwaschenen, störbehafteten Bild kam ein Programm. Da liefen tolle Kinofilme zu dem Zeitpunkt, die es nicht im Free-TV gab. Und dann stellte Premiere um, in Premiere World glaube ich, da gab es mehrere Sender, ja, gab es mehrere Premiere-Sender, dann gab es auch noch unterschiedliche Untersender und da gab es Junior, der Kanal Junior, da liefen den ganzen Tag Trickserien und nachts liefen dann die etwas gewaltvolleren Trickserien, die sehr kultig sind und da lief He-Man und durch dummen Zufall, durch Zeppen entdeckte ich die Serie Masters wieder und sag ich, boah, das kennst du doch aus der Kindheit. So, hing ich denn wirklich 22 Minuten knapp, hing ich denn an der Kiste und sag ich, die Folge kenne ich auch gar nicht. So geil, ja, habe ich mir He-Man angeguckt und ich habe mir auch in den nächsten Wochen, habe ich mir immer nachts eine Folge He-Man auf Junior angeschaut. So, dann war das Thema wieder durch und 2003 war ich in einem, in einem DVD-Laden, ja, war ich zu Gange und guckte mir so deutsche Filme und CDs an und irgendwo standen denn drei DVDs ja, von Nixbu, ja, das habe ich euch auch schon mal auf meinem Kanal reviewt, könnt ihr euch gerne anschauen, vielleicht mache ich ja auch noch mal eine DVD-Sendung hier bei Giganten Phantom mit unseren Giganten, entdeckte ich drei DVD-Boxen von den Masters und sage ich, ja, cool, jetzt gibt es sogar He-Man auf DVD, habe ich mir natürlich sofort geholt und habe mir diese sogar, ich überlege mal, ich glaube, innerhalb von einem Wochenende habe ich mir diese drei DVDs, das waren insgesamt mit 30 Folgen reingezogen, dann habe ich mir noch zusätzlich bei der Firma Nixbu, die saßen damals in Hamburg, habe ich mir noch ein DVD-Abo abgeschlossen für die restlichen DVDs der Masters, denn Nixbu hat glaube ich im, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, im zwei oder drei Monatstakt haben sie die restlichen Folgen immer mit einer DVD veröffentlicht und es gab immer dazu noch ein cooles Gimmick, ja aber nur für die Abonnenten, ein Basecap, ein Wodka-Glas, ein Schlüsselanhänger, dann gab es, weil es auch natürlich gab es zu dem Zeitpunkt ja auch die 2000Xer-Figuren, da war auch manchmal war auch eine Figur aus den 2000Xern mit dabei, eine sehr schöne Idee, war fast kein Bonusmaterial damals drauf enthalten, aber ich konnte He-Man wirklich in einer tollen Bildqualität auf DVD genießen, das war dann für mich absolutes Highlight und ja, das war so meine Erinnerungen an die VHS-Kassetten und erst ein bisschen eine kleine Exkursion zu den DVDs, vielleicht mache ich auch da nochmal eine Review und hier auf meinem Tisch seht ihr ja Kassetten von verschiedenen Filmfirmen, die die Masters damals in den 80ern veröffentlicht haben. Wie gesagt, dazu zählte Mattel selber am Anfang, dann gab es noch Ocean Video und Select Video und ich kann euch gerne unten in der Infobox, wenn ich wieder mal daran denke, euch mal veröffentlichen, welche Folgen von welcher Firma veröffentlicht worden sind. Da ist auch sehr interessant zu wissen, wenn ich dran denke, wenn ich schreibe es in die Kommentare, Marc, du hast vergessen, diese Infos in die Infobox zu verlinken, dann mache ich das noch nach, aber ich bin bemüht, das noch zu machen im Vorfeld, denn es mega interessant. Wie ich gerade schon sagte, ich fand die Trick-Serie himmlig toll, bis heute. Filmation hatte sich vorher ausgemacht, zum Beispiel durch Flash Gordon die Serie, da hat Filmation produziert oder Ghostbusters, aber dann haben sie diesen großen Deal von Mattel bekommen, eine Zeichentrick-Serie zu machen, begleitend zu den Figuren, weil es gab ja sonst nichts. Filmation hat sich aber auch dazu entschlossen, von der barbaren Nummer, die Mattel am Anfang mit T-Man geplant hatte, die auch in den Mini-Comics vorzufinden war, abzuweichen und es mehr in einem moderneren Stil zu machen, nämlich durch Eternis gab es da aber auch die Nummer mit He-Man oder Prince Adam, der sich in He-Man verwandelt, nicht dieser Barbar, der seine Kräfte aus diesem Brustpanzer zog. Davon hat sich Filmation ganz verabschiedet und damit es ein bisschen cooler wird, damit auch die Serie auch die Kleinkinder mehr anzieht, dass ich auch Kleinkinder vielleicht wiederfinden konnte, hat Filmation nicht Mattel Orko erfunden. Deswegen steht auch bei Orko in den Vintage Toys immer unten als Copyright nicht Mattel, sondern Filmation, weil dieser war ja auch ein bisschen trottelig, sympathisch, verspielt wie Kleinkinder und so dachte sich Mattel ja, den nehmen wir, dann fühlen sich die Kleinkinder auch hier irgendwie wohl. Aber es gab einen großen Aufruf, nachdem die Serie auch hier rüber geschwappt ist. Zuerst mit den Figuren, Eltern liefen Sturm, Pädagogen liefen Sturm, die Lehrer zu gewaltvoll, geht gar nicht, Monster um Gott, um Gott, um Gott, das muss verboten werden. Der Bundestag hat sich damit beschäftigt. Es gab von der ARD eine Reportage Monster im Kinderzimmer, diese Reportage findet man auch bei YouTube noch. Sie hat dieses Thema behandelt von He-Man und die Folgen, die passieren könnten durch diese Monster im Kinderzimmer. Auf alle Fälle war He-Man total verschrien bei den Erwachsenen, sie fanden das pädagogisch nicht wertvoll. Aber man muss lassen, in der Trick-Serie alleine, auch in den Minicomics, gab es nie Tote. Es war auch nie so gewaltvoll. Es gab immer in den Filmation-Cartoons, nach jeder Folge, gab es immer eine Moral, die mit der Folge zusammenhing. Es wurde sogar mal, das war aber in der She-Ra-Serie, die als Nachfolge-Serie 1985 erschienen ist, gab es sogar eine Moral, wo He-Man und She-Ra über sexuellen Missbrauch kocht, ein Statement abgeben. Fand ich sehr, sehr, sehr toll. Eine tolle Idee. Da sieht man auch Filmation, die gingen sehr, sehr, sehr liebevoll mit der Serie um, ihnen waren auch Inhalte wichtig. Das kann man den Masters und Mattel nicht anlasten. Sie waren gar nicht so brutal und so verroht, wie viele es damals dachten. Und wenn man es heute wirklich sieht, sind die Masters Cartoons aus den 80ern, es ist nichts Schlimmes. Man kann sie sich ruhig mit seinen Kindern anschauen, ist jetzt nicht der allergrößte Clou, aber auch nicht der schlechteste. Also ich finde es mega cool, also Geschichten, klar, auch der Zeichentrickstil ist natürlich anders als heute, wo alles Computer animiert wird. Das zeichnete sich damals auch bei Filmation aus, damit man die Trickserie schneller und günstiger produzieren konnte, wurden viele Bewegungen archiviert und konnten mehrmals eingesetzt werden, sodass es auch wirklich Zeit kostete, nicht mehr Zeit kostete. Ach, herrlich. Ich mochte auf alle Fälle auch diese Borg Greyskull, Schloss Greyskull. Die Filmation Version fand ich schön düster und richtig cool. Hätte ich mir als Kind gewünscht, diese genauso zu haben wie damals. Ihr auch? Oder Snake Mountain damals. Die Snake Mountain sah doch viel besser aus als das Playset, was es denn da in den 80ern gab. Dank Super Seven haben sie ja letztes Jahr die Snake Mountain in einem großen, großen Playset rausgebracht, die wirklich annähernd so aussieht wie die Burg von damals. Und wie gesagt, Spielzeuge, da war man wirklich gebannt. Ich erinnere mich noch, wo ich die erste Folge Celise, die Zaubersängerin, geschaut habe auf VHS, da saß ich mit meinen Figürchen davor und habe mir sie dann angeschaut und sagte, guck mal da, Adam, guck mal da, so siehst du im Fernsehen aus, du bist jetzt im Fernsehen. Meine Mutter hat die erste Folge mit angeschaut und war, glaube ich, beruhigt, dass sie nicht so gewaltvoll war. Okay, ein bisschen von diesem Monster, der zerstören wollte, guckte sie schon kurz, aber trotzdem war sie beruhigt, dass die Serie doch nicht so gewaltvoll war wie in den Medien suggeriert wurde. Und meine Mutter hat mir so viele Figuren immer gekauft, also muss ich lassen, ich durfte mir immer regelmäßig Figuren aussuchen, dann stand ich da im Kaufhaus vor diesem großen Ständer und durfte mir immer eine Figur rausnehmen. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich nicht mehr Kassetten damals gekauft habe. Ich glaube, rückblickend, ich kann leider nicht mehr nachfragen, aber ich glaube, rückblickend hat meine Mama mir immer die Wahl gestellt, entweder eine Kassette oder eine Figur. Und ich habe natürlich das wertvollste für mich genommen, eine Figur. Ging es euch auch so? Ihr musstet euch immer entscheiden? So ging das denn. Zur Trick-Serie gab es auch ein Panini-Sammelheft mit den Stickern, die man reinkleben konnte. Habe ich euch auf meinem Kanal auch schon mal gezeigt. Vielleicht zeige ich euch das nochmal, dieses tolle Sticker-Sammelheft. Das habe ich mir natürlich auch geholt. Natürlich auch die Comics sagte ich eben schon, ein richtiger Masters-Fan. Man hat natürlich seine Sammlungen aufgebaut. Dann haben wirklich die Burgen und die Figuren nicht mehr gereicht. Dann musste das Nächste her. Hörspiele, Comics, Sammelalbum, was habe ich noch gehabt? Bettwäsche habe ich sogar gehabt, damals als Kind. Dann natürlich eine Videokassette, aber mit der Prämisse in der Videothek, dass mein Papa mir immer diese Leihkassetten mitgebracht hat. Das war dann immer so toll. Dann war der Junge am Wochenende immer versorgt und er konnte seine He-Man-Folgen gucken. Die Kassetten habe ich mir dann zweimal immer angeschaut, weil die mussten, wie ich sagte, schon montags wieder zurück. Das war immer so traurig. Mein Vater erinnere mich noch daran, er hat in der Videothek nachgefragt, ob man so eine Kassette kaufen kann. Die sagten nein. So war ich dann total traurig, wo mein Papa sagte, nein, die Kassetten kann man leider nicht kaufen. Mit diesem traurigen Blick, den ich jetzt noch habe, genauso wie damals in der Kindheit, so traurig sah ich aus, möchte ich mich heute von den Giganten-Phantom verabschieden. Das waren so meine Erinnerungen an die VHS-Videokassetten und an die Trick-Serie von Filmation über unsere Giganten des Universums rund um He-Man und Co. Teilt unten einfach mal mit, welche Erinnerungen ihr habt, das würde mich auch interessieren und dann sehen wir uns auch beim nächsten Gigantum, äh, Giganten-Phantom wieder. Meine Güte, bis dahin, bleibt gesund, bleibt auf alle Fälle Fan, genießt das Wetter, der Sommer ist da und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video hier wieder auf BUMO-TV. Tschüss! –, würde mich auf BumO-TV verabschieden. an